Jetzt, du hast hier als erstes eine Alu-Matte ausgebreitet. Das hier ist eine, wie würde ich sagen, Notfallpuppe. So, dann haben wir hier ein Gerät, mehrere Schilder, 1, 2, 3 steht da drauf. Erzähl ganz kurz, ja nicht ganz kurz, erzähl in aller Länge, um was es geht, was wir hier gleich trainieren werden. Es geht darum, dass viele Menschen unter uns leider gesundheitlich auch während des Sports Probleme bekommen. Und zwar im Bereich der Herzaktion und dort genauer gesagt die Herzrhythmusstörung. Und das kann so fatale Folgen haben, dass jemand von jetzt auch sofort leider umfällt. Das heißt, der absolute Super-GAU-Stillstand. Und dann ist es umso wichtiger, dass dann gleich die Rettungskette funktioniert. Und die Rettungskette lautet am Grunde genommen gleich erste Hilfemaßnahmen einleiten, Notruf absetzen und bis zum Eintreffen der hauptprofessionellen Rettung eben dann schon den Patienten versuchen, wieder ins Leben zurückzuholen. Dafür gibt es also ganz viele Möglichkeiten, auch mittlerweile mit mechanischer Hilfe. Genauer gesagt mit den AEDs, die in vielen, vielen Sportstätten, öffentlichen Einrichtungen heute auch vorgehalten werden. Die werden mit diesem Symbol hier auch wunderbar angezeigt. Dieses Symbol ist hier auch gar nicht weit weg. Einige haben es vielleicht gesehen, vorne im Haus des Sports. Es gibt also an vielen Sportstätten eben diese Möglichkeit. So, wir von der LHG, wir begleiten ja die ganzen Herzsportgruppen, wo es eben auch da Pflicht ist, in den Herzsportgruppen diese Geräte eben vorzuhalten. Und es geht einfach jetzt darum, das einfach mal hier einzuspielen, denn die ersten Minuten, die ersten Sequenzen sind damit entscheidend. Was bedeutet AED? Automatisierter externer Defilibrator. Diese Geräte sollen also von außen analysieren, was macht das Herz gerade oder was macht es leider nicht und wie kann man dann natürlich eventuell weiter vorgehen. Das ist völlig selbsterklärend und das kennen viele Menschen halt nicht. Sie wissen halt, diese Geräte sind zwar da, aber der letzte Erste-Hilfe-Kurs ist bei einigen gefühlt eine Ewigkeit her. Und es geht gerade auch bei der LHG darum, dass wir halt in kurzen, kurzweiligen Unterweisungen den Vereinen, den Verwenden und eben allen Interessierten das eben näher bringen, damit eben diese Rettungskette gefüllt wird. Denn gerade am Anfang, wie gesagt, nur etwa 20 Prozent sind viert in Erster Hilfe in Deutschland. Das ist viel zu wenig. Und wenn man weiß, dass der Körper gerade über drei bis fünf Minuten ohne Sauerstoff aushalten kann, ohne hirnbedingte bleibende Schäden, ist es umso wichtiger, dass gerade in den ersten Momenten Entscheidungen getroffen werden, lebenswichtige Entscheidungen. Also ganz, ganz wichtig, dass wir jetzt lernen, was dann die ersten und vor allen Dingen lebenswichtigen Maßnahmen sind. Welche Situation simulieren wir hier jetzt, angenommen beim Laufen umgefallen, wir wissen überhaupt gar nicht, was derjenige oder diejenige hat. Richtig, genau. Also das Erste, wir simulieren jetzt hier den absoluten Super-GAU. Jemand fällt jetzt vor unseren Augen um. Wir sehen also das Ereignis, wir erfassen die Situation, jemand ist umgefallen, ist nicht mehr ansprechbar, er reagiert nicht auf Ansprache, auch nicht auf Anfassen. Im nächsten Schritt wird die Atmung kontrolliert, die kann man sehen, die kann man hören, die kann man fühlen. Auch dort leider kein Ergebnis, sodass wir also davon ausgehen müssen, es ist der Stillstand. So, der Stillstand heißt jetzt sofort von außen Sprung reinbringen mit der Herzdruckmassage und ergänzend, wenn man sich es zutraut, die Mund-zu-Mund-Beatmung oder Mund-zu-Nase-Beatmung, das wird natürlich heute kaum noch praktiziert, weil viele Ekel haben, Hemmungen, aber diese Hemmungen, die sind in dem Augenblick ganz nach hinten zu stellen. Es ist keine Pflicht. Pflicht ist das Herz, wirklich dann sofort mit Herzdruckmassage wieder in Schwung zu bringen, den Transport von Sauerstoff aufrecht zu erhalten und ergänzend innerhalb von drei bis fünf Minuten sollte eben auch das Gerät, was in der Nähe hoffentlich deutlich sichtbar markiert ist, eben auch an den Start gebracht werden. Es darf jeder das Gerät in die Hand nehmen, man braucht dafür keine spezielle Ausbildung. Das ist eben das, was man an die Bevölkerung heranbringen muss. Das ist auch nochmal ganz wichtig zu wissen, man kann im Prinzip nichts falsch machen mit diesem Gerät. Es erklärt sich von alleine. Genau, es erklärt sich von alleine und das werden wir jetzt auch gleich mal hier einspielen. Wir spielen also die Sequenz ein, dass wir jetzt eintreffen, das Gerät dazukommt und durch das Einschalten des Gerätes dann die ganze Sache weiter vorangebracht wird. Dann kommt es eben an. Okay, also wir simulieren eine Person, männlich oder weiblich, ist umgefahren.